Hallo und herzlich willkommen bei DeinLive. Wir stehen heute auf dem Geschwister-Scholl-Platz der Universität München. Genau heute vor 78 Jahren haben die Geschwister Sophie und Hans Scholl hier im Lichthof hinter mir die letzten Flugblätter verteilt, bevor sie erwischt und festgenommen wurden. Sie wurden zum Tode verurteilt und am kommenden Montag vor 78 Jahren im Gefängnis Stadelheim hingerichtet. Um ihrer zu gedenken, haben die beiden Münchner StudentInnen Jacqueline Grandi und Johannes Büttner eine App entwickelt, die sich mit der Widerstandsgruppe Weiße Rose auseinandersetzt. Wir haben mit den beiden MacherInnen der App ein Interview geführt, dass ihr nächste Woche Dienstag in unserer Radiosendung bei DeinLive hören könnt. Schaltet ein. Am 9.05.2021 wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Wir wollen ihr zu Ehren eine Themenwoche rund um das Thema Weiße Rose und Sophie Scholl machen. Wenn du Lust hast mitzumachen, dann schreib doch eine Nachricht unter dieses Video oder auf WhatsApp, Instagram oder per Mail an hallo.deinlife.net.